Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute schauen wir mal ein bisschen näher auf Cardano und ich muss euch da auf jeden Fall noch was gestehen, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr nichts verpasst, beziehungsweise wie ich es hier jetzt weiter handhaben werde. Lohnt es sich überhaupt noch hier einzusteigen? Das erfahrt ihr auf jeden Fall im heutigen Video. Deswegen lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr Cardano kaufen, traden, staken etc. wollt, könnt ihr das bei meiner Partner Exchange BingX machen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Momentan wieder ein cooler Trading Wettbewerb, der hier läuft. Könnt ihr euch einfach anmelden mit dem Link unten in der Videobeschreibung und dann seid ihr im Endeffekt schon dabei. Außerdem unterstützt ihr mich ein klein wenig damit auch noch. So, jetzt aber rein zu Cardano Analyse. Also, das erste Ding, was ich euch beichten muss. Ich habe Cardano verkauft. Wir waren hier schon massiv im Plus. Wir haben damals hier in dem Zeitpunkt bei 30 US-Dollar-Cent gekauft. Die zweite Kaufzone war hier bei 23 US-Dollar-Cent. Das heißt, wir hatten hier einen Entry von 26 US-Dollar-Cent. Bei 100% verkaufe ich immer zumindest mal die Position, habe dann oder wir haben dann hier oben nochmal Profite genommen und jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich den Rest vor, ich glaube, einer Woche wirklich komplett verkauft. Das heißt, ich bin nicht mehr in Cardano investiert. Gestern erst wieder ein Artikel von Hoskinson gelesen. Wir werden Bitcoin, wir werden Ethereum überholen, aber irgendwie, ich bin nicht mehr von diesem Projekt überzeugt. Das ist ein klein so ein Ding, was ich bei Cardano merke. Es ist wie XRP. Hassliebe. Also, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich bin kein Fan mehr davon und habe dann lieber umgeschichtet in zum Beispiel Nakamoto Games und Myria, wo ich euch schon vorgestellt habe und noch ein paar andere Projekte, die noch folgen werden. Ansonsten, ja, dümpeln wir jetzt schon seit einiger Zeit. Wir hatten unseren Peak hier nochmal im März, wie bei jedem Altcoin, bei knapp 80 US-Dollar-Cent hier oben und haben jetzt auch hier eine über 50%ige Korrektur gesehen. Ihr seht trotzdem, hier steht nochmal 50 und ich werde dann hier unten auch nochmal wahrscheinlich etwas rein investieren. Nur weil ich jetzt verkauft habe, heißt das nicht, dass ich nie wieder hier investieren werde, nur ich werde das ungefähr genauso handhaben wie bei XRP. Sobald das Ding wirklich nochmal extrem dampen sollte und da bleibe ich auch hier dabei, so zwischen 30 und 27 Cent und dann wieder hier bei 23 bis 20 US-Dollar-Cent, werde ich wahrscheinlich nochmal einkaufen. Wir haben hier nämlich noch einen signifikanten Wig und hier unten auch und ich glaube, dass wir diese Kurse früher oder später nochmal sehen werden. Aber es ist für mich so ein Ding, sobald hier 100% wieder erreicht werden, ziehe ich meinen Einsatz raus, lasse den Rest laufen und fertig. Ich habe hier keine Gefühle mehr in diesem Game drinnen. Für mich ist Cardano kein wirklich gescheites Projekt mehr, deswegen habe ich auch hier alles verkauft. Ich werde hier jetzt einfach ehrlich gesagt abwarten, was sich hier tut. Wir haben wie gesagt diese zwei Wigs, einmal hier und einmal hier, die sehr, sehr deutlich sind, auch auf dem Daily Chart vertreten. Die sollte sich der Markt noch holen und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder einsteigen. Da werde ich euch aber auch in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden halten. Preisziele tue ich mir hier auch extrem schwer. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir hier nochmal in Richtung 2 Dollar hochgehen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, bin ich ehrlich. Aber wir hatten hier ein riesiges Falling-Redge. Wir haben den Ausbruch verkackt, lange Seitwärtsphase, dann diesen Peak im März, wo alles gepumpt ist. Das zeigt uns natürlich auch wieder, in der Altcoin-Season pumpt wahrscheinlich auch alles wieder. Die Frage ist nur, sehen wir diese Kurse? Da wäre ich ehrlich gesagt vorsichtig und würde auf jeden Fall, wie gesagt, nach 100% und dann sogar hier zwischen 80 und 90 US-Dollar-Cent die nächsten Profite nehmen. Ich will hier nur ehrlich zu euch sein, nicht, dass ihr denkt, ja ich kaufe jetzt hier immer weiter nach. Nee, ich habe alles verkauft. Ich bin momentan nicht in Cardano oder auch Ethereum, habe ich euch ja auch gesagt, nicht investiert, weil ich immer noch von der Korrektur ausgehe. Wer investiert ist und ein Plus ist, nehmt immer Profite. Es lebt sich einfacher, wenn ihr nur noch mit Gewinnen drin seid. So muss man es ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube hier nicht mehr dran. Ich war euphorischer, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, ich habe früher mal gesagt, 2 Dollar sind wieder drin, zumindest mal das Golden Pocket erreichen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran. Deswegen für mich Nachkaufzone hier unten bei 28 US-Dollar-Cent und dann bei 22 US-Dollar-Cent. Das sind die wichtigen Zonen, die noch interessant werden könnten. Ansonsten befinden wir uns klar in einem Downtrend. Übergeordnet natürlich, wenn wir von diesen Tiefs aufgehen, in einem Aufwärtstrend. Aber ich glaube da nicht mehr dran. Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Für mich ist es wichtig. Wir müssen hier erstmal über die 47 US-Dollar-Cent kommen mit einem höheren Hoch. Und dann können wir uns auch über andere Preise Gedanken machen. Jetzt mal eure Meinung. Seid ihr noch investiert? Habt ihr da noch Hoffnung, dass was passiert? Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, dann war es das von mir. Wir hören uns zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Checkt BingX ab. Dort könnt ihr auch Cardano kaufen, Staken, was ihr auch immer machen wollt. Ich bin da erstmal raus. Es werden aber trotzdem Updates folgen, sobald ich hier wieder investiert sein werde. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto. Wir machen jetzt mal nochmal Feedback. Vielen Dank.